Nach den Vorwürfen wegen antisemitischer Witze hat sich PewDiePie geäußert. Die Arcade One wird eingestellt, beziehungsweise Circus Aligalli wird eingestellt und die Arcade One wird abgesagt. So ist es richtig. Und Norbert Blüm, der Ex-Arbeitsminister, will ins Fernsehen und will eine eigene Late-Night-Show. Das ist eine Menge Stoff heute hier bei Update Medien. Und damit einen schönen guten Tag. Herzlich Willkommen zu Update Medien am heutigen Samstag. Ja, der 18. Februar ist es genauer gesagt. Wenn ihr dieses Video sieht, ist es wahrscheinlich noch Samstag, wenn nicht Sonntag, Montag und der andere Tag. Und die anderen Tage, die es so gibt, die man ja hier aushalten muss. Ist ja immer so. Wir starten direkt sofort durch mit unserer pickepackevollen Sendung. Denn eigentlich kann man so sagen, zu Beginn dieser Sendung, als die Planungen stattfanden, um Themen rauszusuchen, beziehungsweise generell als an diesem heutigen Vormittag das rauszusuchen, standen drei Themen, zwei Themen fest. Beziehungsweise schon zu Beginn, also zum Ende dieser Woche, so muss man das sagen. Und nun ist ein wichtiges Thema noch dazu gekommen, was wir auch gleich besprechen werden. Und wo wir auch gleich, sagen wir mal, einen höheren, größeren Bogen machen werden. Beginnen wir aber erstmal mit der YouTube-Szene. Dort ist nämlich einer der erfolgreichsten YouTuber, nämlich PewDiePie, so nennt er sich. Bürgerlich heißt er Felix Kjellberg. Kommt aus, ähm, äh, Mauerbröd, irgendwo da oben. Ähm, und ich glaube Schwede ist er. Schwede oder Norweger, ich weiß es nicht. Schwede wahrscheinlich. Äh, hat sich ordentlich etwas erlaubt. Denn unter anderem ist bekannt geworden, schon letztes Wochenende, dass er wegen antisemitischer Witze bei einem Netzwerk, bei einem YouTube-Netzwerk von Disney, ich wusste nicht mal, dass Disney ein YouTube-Netzwerk hat, ähm, rausgeschmissen wurde. Er hat immer wieder antisemitische Witze gebracht, heißt es. Und es brachte unter anderem auch einen Überlaufen, in dem PewDiePie zwei Männer auch dafür bezahlt hat, ein Schild, ein Schild mit der Aufsicht tot allen Juden in die Kamera zu halten. Also man muss natürlich sagen, PewDiePie ist einer der erfolgreichsten YouTuber, 50 Millionen Abonnenten hat er. Er hat Arsch voll Kohle. Um sowas zu machen, das ist doch wirklich eigentlich schlimm. Disney hat darauf ja in einem Statement erklärt, ähm, dass, ähm, die Videos unangebracht seien, dass er provokativ und respektlos sei und dass er mit diesen Videos einfach eine Grenze überschritten hat und natürlich auch, ja, ähm, zu weit gegangen ist. So kann man das sagen. Seit August soll, äh, PewDiePie, so heißt es, äh, so viele neuen Videos davon produziert haben. Weiter will ich auf diese Videos auch nicht eingehen, weil es ist einfach ein zu unteres Niveau. Es geht eigentlich schon so weit nach unten, dass man schon im Kern der Erde ist. Und, ähm, anzumerken ist auch, dass, ähm, das PewDiePie hier vor allem das Geschäftsmodell des Anbieters Fiverr in Frage stellen wollte. Ähm, und ob es überhaupt Grenzen gibt oder jeder tatsächlich für Geld alles machen würde. Also ich weiß, dass unter anderem jeder, glaube ich, fast für Geld alles machen würde, wenn es halt nur ums Geld geht. Denn Geld regiert die Welt und das ist natürlich klar. So, jetzt hat aber auch dann YouTube gesagt, wisst ihr was, ähm, weißt du was, PewDiePie, wir machen mit dir einfach mal auch deine Serie nicht weiter. Denn es geht auch unter anderem darum, dass ja selbstverständlich, ähm, erst mal gesagt wurde, Disney hat dann, ähm, also das YouTube-Netzwerk, eine Tochterfirma von Disney, muss man so sagen, dann, ähm, zu PewDiePie gesagt, weißt du was, du bist raus. Deine Videos sind geschmacklos, so ungefähr, also diese Videos, ne, ob die anderen Videos geschmacklos sind, das ist je nachdem von, ähm, andersher zu sehen. Trotzdem ist dann auch YouTube weitergegangen und dort wurden dann auch die Verträge gekündigt, denn unter anderem hat ja dort dann auch PewDiePie nämlich, äh, ja, mit seinem exklusiven, äh, eine exklusive Sendung nämlich gemacht, beziehungsweise exklusives Format, Scare PewDiePie heißt sie und war unter anderem für, ähm, 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 auch im Premium-Werbeprogramm war unter anderem auch enthalten. Dort ist, äh, also bei YouTube Red, was bei uns noch gar nicht gestartet ist und das ist, äh, dementsprechend dann auch gecancelt worden. Die zweite Staffel war geplant, nun ist es nicht passiert. Nun hat sich der YouTuber sich dazu geäußert und, ähm, das ist echt wirklich, ähm, sagen wir mal so, er hat sich ordentlich dazu geäußert. Er hat scharfe Kritik an der Art unter anderem gesetzt, ähm, wie er natürlich, ähm, wie natürlich die Medien darüber berichten, also hat ein bisschen auf Donald Trump gemacht, könnte man sagen. Aber er hat sich auch entsprechend und das schon vorher, äh, zu seinen Videos distanziert. Drei dieser Videos hat er schon offline genommen. Zuvor hat er natürlich, äh, zuvor hat YouTube auch diese Monetarisierung blockiert von diesen Videos. Und, ähm, schon letzte Woche hat er sich dann natürlich auch, ähm, dazu erklärt, ähm, wie verrückt die heutige Welt doch sei. Man muss es sowieso denken, die Welt ist sowieso heute dermaßen verrückt, wenn, wenn ein ganzes Volk einen, einen Milliardären wählt, der eigentlich nur, ähm, Egoismus im Kopf hat. In Europa droht die Welt durch, äh, Rechtspopulismus zu, äh, zerstört zu werden. Dann weiß man, die Welt ist verrückt, aber da muss nicht ein YouTuber mit 50 Millionen Abonnenten da geradewegs noch weiter drauf schlagen, um das Ganze dann noch schlimmer zu machen, ne. Und geradewegs auch noch andere, ähm, seine Abonnenten dazu zu bringen, es einfach mal fortzusetzen, um es mal klar so zu sagen. Vielleicht stimmt es nicht, vielleicht stimmt es auch, wer weiß es. Ne, so kann man das nicht sagen. Aber er hat sich wirklich, ähm, dazu, ähm, geäußert und ist wirklich, sagen wir mal, und es gibt auch ein Video dazu, das findet ihr unten in der Videobeschreibung, äh, in dem Artikel, den ich dort gefunden habe. Und da ist auch wirklich ordentlich, ähm, sagen wir mal so, er hat quasi Richtung Wall Street Journal, die äußerst kritisch gegen ihn berichtet haben, äh, den Stinkefinger gezeigt. Und hat dann ordentlich wirklich was einpacken müssen und das ist, sagen wir mal so, ähm, wirklich, ähm, beschämend gewesen, was man eigentlich dort sehen sollte. Ich hab's mir nicht angeguckt, ich will's mir auch nicht angucken, weil, ähm, ich mag PewDiePies Videos einfach nicht. Das ist meine Meinung. Eure Meinung ist wahrscheinlich auch, äh, ich mag sie, ich mag sie nicht. Wie schon gesagt, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Es ist genauso wie mit der Show TV. Magt ihr die Videos, guckt sie euch an. Magt ihr sie nicht, guckt sie es euch nicht an. Ganz einfach. Ja, anstatt dann irgendwie, äh, hirnlos Kommentare voll zu sparen mit irgendwelchen komischen Hate-Mails und so, ähm, es gibt die Löschfunktion. Das möchte man auch gerne sagen. Melden kann man das auch. Geht's übertrieben, geht's vor Gericht und dann ist Pech gehabt, sag ich mal so. Und das ist halt natürlich klar. PewDiePie selbst, weiß ich nicht, was der jetzt wohl wahrscheinlich da macht. Der macht jetzt wahrscheinlich seine Videos ganz normal weiter. Aber generell muss man eigentlich so sagen, hat er übertrieben oder hat er nicht übertrieben? Das würde ich gerne von euch wissen. Ähm, wenn ihr Fans von PewDiePie seid und sagt, ach, das macht er immer so. Ja, dann, äh, würde ich natürlich auch sagen, okay, wenn er es immer so macht, dann sollte er mal, ausnahmsweise mal nicht übertreiben. Das wäre ein kleiner Hinweis, sagen wir es mal so. Aber sonst, ähm, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr PewDiePie-Videos nicht kennt. Einzelne habe ich gesehen und, naja, mal gut, mal schlecht. Es sei, wie schon gesagt, jeder hat eine eigene Meinung dazu und, ähm, die könnt ihr natürlich auch haben. Kommentarsektion auf YouTube und auf der.chutv.de ist offen. So, wir kommen jetzt zu unserem Thema der Woche. Ihr wisst, die zweite Meldung ist meistens immer das Thema der Woche in dieser Sendung. Und, äh, heute geht es eher um, ähm, also eigentlich war ja geplant, und das habt ihr, seht ihr ja auch natürlich in der Beschreibung, dass wir über das Ende von Zirkus Halligalli reden wollen. Das werden wir gleich noch machen im zweiten Teil. Aber wir kommen jetzt eher zu einem anderen Thema. Das ist ursprünglich, ähm, schon länger geplant gewesen von uns, dass wir dort mal sein sollten bei der Arcade One. Einer etwas anderen Spielemesse, wo man natürlich nicht geradewegs, äh, neue Spiele testet. Oder halt natürlich, ähm, äh, lange anstehen will, wie bei der Gamescom. Sondern eine Spielemesse, wo man die YouTuber hautnah miterlebt. Geplant waren Rocket Beans, LeFloid, Sarazza, Pete Smith und so weiter und so fort. Sogar auch noch Fabian Siegesmuth und David Hain. Jetzt ist aber dann gestern, am Freitag, den 17.02. die Bombe geplatzt. Die Arcade One wurde abgesagt. Ja, die, die Tickets bestellt haben, können natürlich ihr Geld zurückbekommen. Einerseits ist das aber auch ein Kritikpunkt, muss man natürlich sagen. Aber es gab auch andere Gründe, denn man ist nicht das finanzielle Risiko eingegangen. Man hat anscheinend schon damit gerechnet, die Arcade One würde aus allen Nähten platzen. Aber was wahrscheinlich wohl auch daran lag, man hat zu viel, ähm, sagen wir mal, Euphorie natürlich gebracht. Und das müsste man natürlich so sehen, wenn man was Neues startet und sofort denkt, ach, das wird ein Knöller, das wird sofort einschlagen wie eine Bombe. Ähm, sollte man dann direkt sofort sagen, okay, dann machen wir es nicht. Reißbrett, wieder ans Reißbrett, würde man dann eigentlich sagen. So haben wahrscheinlich viele, äh, so viele, die sich mit der Arcade One beschäftigt haben, also die Veranstalter der Arcade One wohl damit auch gerechnet, dass das passiert. Jetzt ist natürlich klar, die Veranstaltung, das Gaming Festival vom 22. bis zum 23. April findet nicht statt. In den Dortmunder Westfalenhallen sollte das stattfinden. Nun wird es nicht stattfinden, das sagte Glow Media, äh, erst auf Facebook, ähm, äh, die natürlich unter anderem auch die GlowCon machen, wie ich es auch herausgefunden habe. Ähm, das finanzielle Risiko, so heißt es offiziell, sei aufgrund einer dennoch enttäuschenden Reaktion des Marktes zu hoch für die Veranstalter gewesen. Inoffiziell wahrscheinlich wohl, wie schon gesagt, man hat sich zu hohe Ziele gesetzt, es sind wahrscheinlich auch sogar noch welche abgesprungen und haben gesagt, Arcade One, naja, ne, ich weiß nicht. Und das ist dann wohl auch so gesehen nicht gut gewesen. Neben den ganzen YouTubern wie die Rocket Beans natürlich, die Rocket Beans will ich nicht als YouTuber bezeichnen, aber halt, ähm, YouTuber wie halt Pete Smith, Sarah Zelle Floyd und so, ähm, sollten dort sein. Aber auch die ESL, die dort einige Finale, Finalspiele auch austragen wollte, deutsche Meisterschaften unter anderem. Die Zahl, der Anzahl der bislang verkauften Tickets könnte eine Rolle gespielt haben, denn unter anderem waren die Tickets bis zu 20 Euro, haben sie gekostet, wenn nicht sogar 40, 50 Euro für Wochenendticket oder so. Und das war anscheinend für viele wohl zu viel, weil wenn du ein Gamescom-Ticket bezahlst, äh, kaufst, dann hast du deutlich weniger davon, außer du wohnst etwas weiter weg. Natürlich kann man dann die Chance haben, sie bei Partnern wie Saturn zu bekommen, das war ja letztes Jahr so möglich, oder man bestellt sie halt direkt dann, wenn es, wenn die auch draußen sind, so kann man das auch machen. Und generell ist es natürlich, so muss man das auch sehen, ist es, ähm, wohl so auch ein Knackpunkt, einer von vielen Knackpunkten gewesen, dass die Arcade One, sagen wir mal, geradewegs nicht gut gelaufen ist. Was aber auch wohl, ich schätze mal auch, die Überforderung, der, oder sagen wir mal, die zu hohe, äh, das zu hohe Ziel auch der Veranstalter natürlich war, weil man weiß auch ganz genau, die Gamescom, die hat sich auch geradewegs nicht so ein hohes Ziel gesetzt, als sie 2009 nach Köln gekommen ist. Und, ähm, jetzt natürlich, klar ist es, die Veranstalter wissen, es läuft, da setzt man sich gerne dann höhere Ziele. Und, äh, so kann man das auch machen. Und wenn so eine Messe zum ersten Mal startet, sollte man klein anfangen. 15.000 hat man erwarten wollen, es hat anscheinend nicht funktioniert, muss man so sagen. Ist halt leider Pech, muss man so sehen. Aber trotzdem, für uns, also für mich unter anderem, für DERCHO TV, die auch natürlich viel Werbung gemacht haben, für die Arcade One, ähm, muss ich natürlich sagen, schade. Aber, ähm, klar ist natürlich, ähm, andere Messen stehen da natürlich im Vordergrund. Die Gamescom im August wird da natürlich für DERCHO TV auch unter anderem groß im Vordergrund stehen. Da werden wir dann euch natürlich auch auf dem Laufenden, wann es Tickets gibt und wann ich, beziehungsweise mit Kollegen wahrscheinlich dann auch noch da sein werde. Was haltet ihr davon? Ähm, Arcade One, wolltet ihr hin? Habt ihr sogar Tickets bestellt? Wie schon gesagt, die, die Tickets bestellt haben, haben die Möglichkeit oder haben sogar die Verpflichtung dazu, ihr Geld zurückzubekommen. Also, das ist, äh, schon mal wenigstens ein kleiner Trost. Aber trotzdem, die Messe wird nicht stattfinden. Wahrscheinlich wird man überlegen, sie anders wieder zu gestalten. Vielleicht auch nicht. Das wird man nun wohl sehen. Dann kommen wir gleich zu unserem ursprünglichen Thema der Woche. Und zwar nämlich zum Aus von Zirkus Halligalli. Zum Ende der jetzt erst angefangenen Staffel wird nämlich die Show eingestellt. Das haben Joko und Klaas in einem Video bekannt gegeben. Außerdem werden wir auch noch über Norbert Blüm reden. Äh, seines Zeichens ehemaliger Bundesarbeitsminister, der früher gesagt hat, die Händen sind sicher. Und der jetzt aber gerne wohl Late Night machen will. Ja, das, äh, das ist auch ein bisschen komisch. Aber wir kommen erst mal zu weiteren Meldungen in dieser Woche, die unter der Kategorie News der Woche bekannt sind. Und wir beginnen mit Pokémon Go. Denn endlich gibt es die Pokémon der zweiten Generation. Es hat etwas gedauert, mehr als ein halben Jahr nach Launch von Pokémon Go. Ähm, gibt es nun die Pokémon der zweiten Generation für das Mobile Game von Nantik. Ähm, neben dem Update, äh, das Update mit der Nummer bei Android 0.57.2 und iOS 1.27. Ähm, hat, bringt unter anderem 80 neue Pokémon mit. Sprich aus der zweiten Generation, die in den Editionen Gold und Silber zu finden waren. Wie auch Kristall selbstverständlich. Mit dem neuen Update gibt es auch neue Features. Nachtmoduskarte und Begegnungsmusik wurden nachts auch geändert. Neue Bären und außerdem wurden auch für die Apple Watch entsprechende Bugs behoben. Ja, das neueste Update steht auch schon seit Donnerstagnacht, Freitagnacht, beziehungsweise seit vorletzter Nacht zur Verfügung. Wir reden über das Projekt Funk von ARD und ZDF, dem Jugendangebot. Denn dort wurde unter anderem die Sendung Game 2 von den Rocket Beans um eine zweite Staffel verlängert. Sie startet schon nächste Woche, diesmal aber mit 20 Folgen. Das gab das ZDF in seinem Presseportal bekannt, beziehungsweise wurde auch dann offiziell. Game 2 läuft seit November 2016 und man kann es als inoffiziell oder als offiziellen Nachfolger von Game 1 sehen, was bei MTV gelaufen ist und läuft erst live auf Rocket Beans TV am Freitag immer um 20 Uhr und danach auch auf dem YouTube-Channel von Game 2, was schon über 100.000 Abonnenten hat und sogar eines der erfolgreichsten Funk-Formate ist. Moderiert wird die Show von Simon Kretsch, Mähtchen, Gardé, Daniel Budimann, Lara Trautmann, Sophia Katz und Nils Bromhoff habe ich unter anderem am Artikel vergessen, ihn dort reinzuschreiben. Es tut mir leid, Herr Bromhoff, Nils, nun kann man es nicht ändern, doch kann ich noch. Am Abend selbst noch, bei der Bekanntgabe, gab es noch ein Live Almost Daily, das wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch noch bei den Bohnen zu finden sein. Und wir haben nach langer Zeit mal endlich wieder ein Handy-Thema und zwar nämlich auch mal zum ersten Mal seit der Show TV jetzt auf YouTube ist, Nokia. Ja, Nokia bringt nämlich das 3310 wieder auf den Markt. Das Knochen-Handy, was ja unter anderem Boden spalten kann und eine Akkudauer von Jahre Hunderten hat, soll wiederkommen. Man will es auf der MWC 2017 präsentieren, nach neuesten Gerüchten soll es 60 Euro kosten und soll unter anderem nicht als Smartphone, sondern Standard-Handy rauskommen. Es gibt aktuell Bilder im Internet, die kursieren, ob das dann auch das Original, ob das das richtige 3310 dann sein wird, ist unklar. Ob es mit Tasten kommt oder als Touchscreen-Handy, also Smartphone, weiß man nicht. Es soll eine Kamera besitzen, es soll ein Farbdisplay besitzen, aber ob es internetfähig ist, steht auch noch nicht fest. Es soll erstmal heißen, es sollte kein Internet bekommen. Das 3310 kam ursprünglich im Jahr 2000 raus und hatte eine sehr lange Akku-Laufzeit und man konnte damit auch Snake spielen. Ja, das war im Übrigen auch mein erstes Handy. Das muss ich auch nochmal sagen, das 3310. Ja, das war's von den News der Woche. Mehr News, der Show TV, DE. So, Zirkus Halligalli. Eine Show, wo man sagen müsste, ja, genau das. Denn, ich sag mal so, ich bin nicht geradewegs so der tolle Zirkus Halligalli-Gucker gewesen. Neo Paradise ging ja noch oder war ja noch so eine Art gute Show auf ZDF Neo, MTV Home auch, wo ich mir nur gedacht habe, warum macht MTV so eine Sendung, obwohl es Musikfernsehen ist. Weiß ich auch selbst nicht. Und, ähm, Zirkus Halligalli ist natürlich quasi der Nachfolger von MTV Home und Neo Paradise. Das muss man auch so sehen, auf ProSieben seit 2013 am Laufen. Ich glaube aber auch, ja, 2013, seitdem sind ja auch Joko und Klaas auf ProSieben. Nun gab's ja viele Änderungen. Die neueste Änderung war, dass der Staffelauftakt am Dienstag war. Jetzt auch immer Dienstag, jetzt nur Dienstags, nicht mehr Montags. Und die Show war da, glaube ich mal, ausnahmsweise auch live. Ich weiß nicht, ob's jetzt andauernd sein wird. Ich bin mir sicher, das ist jetzt nur eine Ausnahme gewesen. Sonst halt, ähm, gab's den Staffelauftakt. Und, zur Überraschung, vor dem Auftakt der neuen Staffel, es wird die letzte sein. Denn, äh, wie schon gesagt, Zirkus Halligalli wird dicht gemacht im Juni. Und da wird man natürlich dann wohl, äh, in dieser Staffel nochmal einiges raushauen. In einem Video haben sie natürlich bekannt gegeben, dass man eine Liste gemacht hat mit dem möglichen Scheiß, was man so getan hat in den letzten, ähm, 5, 6, 7 Jahren, seitdem es die Show gibt. Und, ähm, nicht nur also bei Halligalli, sondern auch bei Neo Paradise und natürlich auch bei MTV Home. Und nun hat man gesagt, dass es auch, ähm, nur Zeit wäre, diese Sendung zu beenden, nach über 130 Folgen. Ähm, nicht etwa, um den Wahnsinn zu beenden, sondern im Gegenteil, es ermöglicht Spielraum für was Neues, heißt es sogar. Ja, Joko und Klaas bleiben ja dem Sender erhalten, wir unter anderem ja auch mit der Show, die beste Show der Welt, den ja an Deutschland, äh, der ja am Deutschen Fernsehpreis gewonnen hat. Und natürlich, ähm, soll auch Joko und Klaas das Duell, das Duell um die Welt auch mal wieder kommen. Ich weiß gar nicht, wie es um, das Duell um die Geld ausschaut. Das ist ja, ähm, so eine Art Poker, aber da muss man halt natürlich Fragen beantworten, anstatt natürlich richtig zu pokern. Ich weiß gar nicht, ob das fortgesetzt wird. Ähm, das war ja auch dann, das wurde ja dann auch immer im Halligalli-Studio produziert, das Duell um die Geld. Natürlich soll es auch neue Shows geben mit Joko und Klaas, welche das sein werden. Mal gucken, das wird auch richtig spannend sein. Daniel Rosemann, der ProSieben-Chef, sagte, mit ihren Shows setzen Joko und Klaas inhaltlich wie stilistisch Maßstäbe und neue Trends. Das erfordert stetiges Frischhalten, Erneuern und Weiterentwickeln. Aus diesem Grund verstehe ich sehr gut, dass Joko und Klaas die Menge, die Manege des Wahnsinns im Zirkus Halligalli, in diesem Sommer nach 130, äh, über 130 Folgen letztmalig bespielen. Nicht etwa um den Wahnsinn zu beenden, wie ich es ja gerade zitiert habe, im Gegenteil, nämlich dann. Außerdem hat Rosemann versprochen, dass es in den kommenden Jahren weiterhin natürlich mit dem Comedy-Duo was dabei sein wird. Trotzdem verliert damit ProSieben nach Stefan Raabs TV Total natürlich wieder eine Late-Night-Show. Late-Night-Show könnte man sagen, denn so eine richtige Late-Night-Show hat Deutschland im Moment nicht. Aber wir kommen gleich zu einem anderen Thema, würde ich mal sagen. Ähm, dann, es gibt nämlich wieder eine Late-Night-Show, aber hat auch nicht mit dem kommenden Thema zu tun. Ganz einfach. So, und gleichzeitig hat der Sender trotz einiger Versuche auch bislang noch nicht geschafft, Talente zu etablieren, die ja diese Lücke schließen. Es gab ja auch noch, äh, Inissa Armani, äh, es kam ja auch nicht so gut an. Und, äh, Luke die Woche und ich, Luke Mockridge, äh, galt ja sogar, als wir vor zwei Jahren darüber berichtet haben, sogar als Nachfolger von Raab. Ja, er sendet wenigstens aus dem TV Total Studio, was ein bisschen umdekoriert wurde, aber er sendet in Sat.1. Das ist es halt mit Luke, die Woche und ich. Ja, werden wir natürlich sehen. Schaut ihr Zirkus Halligalli? Also, ich schaue das nicht mehr so oft. Also, ich habe es früher immer wieder geguckt. Ähm, dann wurde es mir aber ein bisschen zu skurril und, äh, sowieso weiß man auch ganz genau. Und da werde ich irgendwann mal darüber mal ein Special machen. Äh, muss man halt natürlich sehen, dass man sich in Sachen Second Screen, wenn man über Twitter kommuniziert, dass sich man auch nicht zum Teil immer wieder drauf konzentriert. Und Second Screen kann man auch anders machen in diesem Falle. Und das haben unter anderem sehr viele Leute bewiesen. Da wünsche ich einen schönen Gruß dahin. Ich hoffe, die sehen es und fühlen sich angesprochen. Ja, so kann man das sagen. Eure Meinung zum Ende von Zirkus Halligalli? Gerne in die Kommentare und sagt mir ruhig gerne, was habt ihr von den drei Shows besser gefallen? MTV Home, Neo Paradise oder Zirkus Halligalli? Ich fand Neo Paradise am besten. Also, ohne Werbung natürlich. Und, ja, war halt eine geniale Show. Apropos Show. Damit sind wir bei unserem letzten Thema. Es ist mal einfach so reingerutscht, weil mir ein viertes Thema gefehlt hat. Und drei Themen wollte ich nicht wieder haben. Da hätte ich wieder einen App-Check machen müssen. Und im Moment wird es, das sage ich jetzt aus produktionstechnischen Gründen, keine neuen App-Check-Ausgaben geben, bis ich nicht ein neues Programm habe, um die Videos besser zu schneiden. Es geht jetzt um Norbert Blüm. So, jetzt fragt man sich bestimmt, so die jüngere Generation, um die 15, 16, 17, 18. Wer ist Norbert Blüm? Seines Zeichens war er Bundesarbeitsminister im Kabinett Kohl. Damit weichen wir ein bisschen in die Politik aus, ein ganz kleines bisschen und hat den Satz geprägt, eure Renten sind sicher. Ist ja natürlich nicht so. Unsere Renten sind, glaube ich, erst lange nicht sicher. Und wenn ihr schon Kinder habt, in meinem Alter vielleicht oder etwas älter, deren Rente wird wahrscheinlich auch nicht sicher sein. Aber das ist ein anderes Thema. Er tummelt natürlich mal ab und zu in Talkshows rum, um natürlich auch über das Thema Rente zu reden. Ist natürlich klar. Damit wären wir wieder beim Medienthema. Aber jetzt kommt es, geht es nach einem Produzenten mit dem Namen Holm Dressler. Seines Zeichens hat er nämlich in den 90er Jahren, also als sie damals noch alle sehr klein waren und früh ins Bett mussten, die Late-Night-Show mit Thomas Gottschalk bei RTL moderiert. Ja, Thomas Gottschalk hatte mal eine Late-Night-Show bei RTL. Soll Norbert Blüm wieder regelmäßiger im Fernsehen zu sehen sein. Nicht als Talkgast. Jetzt kommt es. Ich bin in einer eigenen Late-Night-Show. Ja, ich habe selbst erst noch so gedacht, ist das schon 1. April, also wir haben noch gute zwei Monate bis April. Das muss man auch noch mal erwähnen. Und trotzdem will er gerne, dass die Fernsehsender, egal wer, wahrscheinlich würde es Tele 5 sogar bringen, würde ich mir sogar vorstellen können, soll er nämlich 15 Minuten lang einfach mal über den Tag, einfach mal über die jeweiligen Ereignisse des Tages berichten. Punkt. Ja. Also das, was wir hier bei Update machen, was ja eigentlich keine Late-Night-Show ist, sondern eine Infotainment-Sendung, eine Informationssendung mit Unterhaltung so gesehen, mit Entertainment, was wir hier ja so machen, das ist ja jetzt hier nicht Tagesschau oder so, Tagesschau-mäßig, sondern ganz einfach, sonst würde es ja nicht so den knackigen Namen Update heißen. Heißen. Deutsche Sprache gehört im Übrigen auch dazu. Denn Dressler sagte der DPA, dass derweil schon 28 Folgen produziert wurden auf einer Länge von 15 Minuten. Zu sehen auf YouTube. Ja, auf YouTube. 28 Folgen schon mal. Erste Einblicke gibt es dort. Es soll sich dabei nicht um ein Fingerspiel bleiben. Unser Material liegt jetzt zur Prüfung. Jetzt kommt es bei ARD, ZDF, RTL, Sat.1 und auch bei kleineren Spaten-Sendern. Also ich könnte mir vorstellen, Tele 5, die bringen sowieso den geilsten Scheiß raus. Also selbst auch, oh Gott, Old Guys on Tour war geil, aber kam nicht so gut an beim Publikum. Also zuschauer-technisch, quotentechnisch. Könnte man natürlich dort auch, sagen wir mal, bringen. Könnte es bringen. Und Blümengelinge eine sehr unterhaltsame Präsentation, sagte Dressler auch noch zum 81-jährigen Ex-Minister. Zugleich wäre er auch sogar bereit, das Format auf eine halbe Stunde auszuweiten. Auch mit den Gästen zu talken. Man muss ja natürlich auch sagen, Norbert Blüm hat im Bereich Unterhaltung ja nicht, ist ja nicht neu. Er war ja unter anderem Anfang der 2000er bei Kabel 1 schon zu sehen im Bereich Unterhaltung. Bei Was bin ich? Der Neuauflage, wo ja Björn Hergen Schimpf moderiert hat. Und er unter anderem mit Herbert Feuerstein, mit Tanja Schumann und Vera Entwehn, das Rate-Team ja gebildet hat. Was ich auch recht cool fand, damals mit meinen 10, 11, 12 Jahren. Habe ich dann auch immer wieder geguckt. Und trotzdem seines fortgeschrittenen Alters eine regelmäßige Show zu machen, sagte er einfach, meine Rente ist zwar sicher, aber ich bin jung genug, eine neue Karriere zu starten. Mit 81. Wer weiß, vielleicht wird Joachim Gauck irgendwann auch mal Standard-Canadian. So, das sagte er nämlich gegenüber der Bild. Die Late-Night-Show ist genau das, was ich jetzt machen möchte. Ob natürlich jetzt ARD, ZDF, RTL, Sat.1 oder die kleineren Spartensender wirklich sagen, wir machen das. Weil ich sage mal so, ich möchte jetzt auch mal gerne gleich mal von dem Thema wegkommen und möchte gerne hier mal jemanden pushen. Und die haben es auch redlich verdient. Und außerdem ist klar, dass man jetzt natürlich nur einen Lückenfüller sucht. Stefan Raab ist weg, Harald Schmidt ist weg. Zirkus Halligalli ist bald auch weg, obwohl man das ja nicht als Late-Night-Show bezeichnen kann. Und es gibt eigentlich nicht so eine richtige Late-Night-Show. Ach, gibt es. So, und damit mache ich jetzt Werbung. Nicht in eigener Sache, ich mache keine Late-Night-Show. Bitte. Ich würde es gerne machen, aber will ich nicht. Ja, und zwar nämlich möchte ich gerne auf die Jungs und Mädels von Nerdstar hinweisen. Nerdstar macht nämlich Nerdstar TV, äh, Nerdstar.de, oder Nerdstar TV heißen sie, ja. Äh, will nämlich, ähm, oder sind seit einer geraumen Zeit, seit, ich glaube, dieser Woche jetzt offiziell ein Web-TV-Sender. Und haben auch eine Late-Night-Show am Start. Immer mittwochs um 22 Uhr, so um den Dreh auf ihrem Twitch-Channel. Solltet ihr mal reinschauen, lohnt sich wirklich. Also, ich würde den, ähm, Jungs und Mädels natürlich auch im März noch privat einen Besuch abstatten. Mal gucken, ob man da was machen kann. Ich weiß es nicht. Vielleicht als Gast oder so, das wäre toll. Mal gucken, vielleicht lässt sich da was einrichten. Ich bin mit denen ja in Gesprächen, ähm, um das zu machen. Wie schon gesagt, schaut euch mal den Twitch-Stream an. Dort wird jetzt halt noch nicht nur geschnackt in einer Late-Night-Show, die auch im Übrigen wirklich toll ist, muss man sagen. Sondern auch gezockt. Und es, äh, geht halt generell auch um Filme, um Nerd-Kram halt, ne? Kennt man ja. Und da möchte ich gerne darauf hinweisen. Nerdstar.tv, da kommt ihr direkt auf den Stream. Sonst einfach mal Nerdstar.tv bei Google. Gurgeln! Und wir sind damit schon am Ende dieser heutigen Sendung. Und, äh, ich hab noch ein, äh, Announcement zu machen. Und zwar nämlich, äh, ganz kurz nur. Es wird bald demnächst ein Format geben, was auch spontan und live sein wird. Ja. Kommt einmal im Monat. Irgendwann einmal im Monat. Also es wird, ähm, die Bekanntgabe wird so stattfinden, dass ihr am Tag der, äh, am Tag des Streams, wenn er sein sollte, schon vorher bekannt, äh, wird, wann es laufen sollte. Und es wird nämlich im Rahmen von unserem Games-Livestream sein, nämlich Valdi vs. Ja, mein Name ist Valdi, ihr wisst es ja, oder Valdi, ja, aber Valdi ist eigentlich auch schön und nett. Und ich werde mich, äh, einzelnen Spielen, sagen wir mal, opfern. Ja, nämlich, ich werde es so machen, ich werde ein Spiel versuchen, in einer gewissen Zeit zu spielen. Klar ist natürlich, du schaffst ein großes Spiel nicht in drei Stunden oder so. Aber wir, äh, steigern uns da so langsam ein bisschen rein. Es werden auch nicht alle Spiele sein. Hängt wie immer natürlich von der Leistung und natürlich von der Kompatibilität des Spiels ab. Ähm, ein Spiel steht schon fest. Wann ich das mache, das weiß ich noch gar nicht. Das kann wahrscheinlich erst noch ein bisschen dauern. Demnächst heißt es im Moment. Also, passt einfach mal auf unserem Facebook-Channel oder halt auch auf Twitter auf. Da gibt es dann auch natürlich neueste Informationen. Eine News dazu gibt es auch schon auf derchotv.de. Da möchte ich auch mal gerne darauf hinweisen. Sonst natürlich gerne, ähm, ihr habt es auch schon mitbekommen, der Termin für die Sommerpause steht schon fest. Wir haben gerade erst Anfang 2017, wir haben Mitte Februar und die Sommerpause steht auch schon fest. Mitte Juli wird es zwei Wochen lang eine Sommerpause geben und da kündige ich auch schon mal an, ich kann es aber nur nicht versprechen, dass dort dann große Umbaumaßnahmen stattfinden werden. Also wahrscheinlich, wie schon gesagt, bis zum 17, bis zum 16. Juli, also bis zu meinem Geburtstag, werden wir aus diesem Studio hier noch senden. Dann wird umgebaut. Wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es einfach nur dann auch für die Infoformate einen neuen Look geben. Das habe ich mir nämlich geplant. Außerdem werden wir dann auch noch über den Konfett Cup berichten in der Zeit und vieles mehr. Und da weise ich auch auf Update Sport hin. Morgen natürlich eine gute Überleitung. Das ist immer die beste Überleitung. Und sonst sage ich mal einfach mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, das war es dann auch von Update Medien für diesen heutigen Tag. Denkt bitte dran, unseren YouTube-Channel zu abonnieren, falls ihr uns erst gerade kennengelernt habt. Vielen Dank dann auch dafür, für die Treue. Und sonst auch weitere Infos wie immer, derchotv.de oder Facebook oder Twitter. Bis dahin dann erstmal Tschüss und bis morgen. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. withdraw YEAR. Vielen Dank.